VW Bulli, kennt man, weiß man was sich darin verbirgt, vor allem aber für viele da draußen, die einen Kalifornier nutzen, ist das natürlich der Inbegriff des Allrounders in Sachen Camping. Weinsberg, ein Wohnmobilhersteller, hat jetzt dem T6 Bulli noch einen echten Wohnmobilaufsatz verpasst. Und der ist sogar richtig clever, denn der hat ein komplett ausklappbares Dach, aber anders als beim Kalifornier geht da nicht nur ein bisschen was nach oben, sondern das gesamte Dach. Das werden wir uns heute natürlich anschauen mit dem Weinsberg Excursion CUV, wie er getauft wurde. Er ist eine Zwittermischung aus dem üblichen T6-1 Bulli mit seinen Vorteilen im Fahrwerk und im Fahrgestell, beziehungsweise eben auch im Antriebsportfolio. Und hier wurde er erweitert, dahingehend um volle Wohnmobiltauglichkeit auf kompakten Abmessungen zu bieten. Was er kann und wie er sich so fährt, das werden wir natürlich heute gemeinsam herausfinden, wenn ihr heute dranbleibt, hier bei UBI testet. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, das Ganze zu liken und mir eure Meinung unten in der Kommentarbox zu hinterlassen, damit wir am Ende des Videos über den Weinsberg Excursion CUV diskutieren können. Und damit starten wir jetzt in dieses Video. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. In Ünigrau ist das Fahrgestell lackiert, das VW T6.1, der ja bekanntermaßen Mitte des Jahres auch wohl auslaufen wird. Weinsberg selber sagt aber, es sind genügend Fahrgestelle produziert, beziehungsweise eben bestellt worden. Somit werden auch genügend Fahrzeuge für euch da draußen verfügbar sein. Das Modell wurde erstmals letztes Jahr auf den Caravan-Salons eingeführt und jetzt steht es hier zum ersten Praxistest für uns bereit. Den VW T6.1 oder auch Bulli genannt, den kennen wir oder kennen viele von euch. Das Grundfahrgestell ist hier eben der T6.1 als Pritsche, wie man ihn so kennt mit so einem kleinen Pritschenaufbau. Den hat man dann runtergenommen, um das Grundfahrgestell zu haben. Und darauf wird dann der Wohnmobilaufsatz quasi aufgesetzt. Der Weinsberg Excursion 500 CUV ist 5,89 Meter lang und hat dann eine Fahrzeughöhe, in diesem Fall von 2,27 Meter. Damit passt er noch unter den einen oder anderen Carport, in Tiefgaragen, Parkhäuser oder ähnliches passt er jetzt leider nicht wirklich rein. Bei den Abmessungen eine Gesamtbreite hier von 2,16 Meter ohne die Außenspiegel. Und bei den Außenspiegeln muss ich leider sagen, das sind leider eher nicht sonderlich gute Außenspiegel, die wir haben. Zum einen zittert das Bild eben hier drinnen, weil das Glas zittert. Zum anderen ist die Spiegelfläche zu klein. Es gibt einen sehr großen, toten Winkel, gerade auf der Straße. Da sollte Weinsberg in meinen Augen nachbessern und etwas andere Spiegel verbauen. Eher eben so die klassischen großen Spiegel mit einem gewissen toten Winkelspiegelchen. Oder aber ihr rüstet sie dann nach. Schauen wir uns zunächst einmal die ganzen Fächer hier am Weinsberg Excursion an. Beginnend hier mit der Wartungsklappe. Das ist ein wirklich sehr praktisches Konstrukt, was wir hier haben. Wir haben zum einen die Durchführmöglichkeit von unten des Außenstromanschlusses, den wir hier haben. Zum anderen sehen wir hier auch die Möglichkeit der Zufüllung des Frischwassertanks. Der hat ein Volumen von 65 Liter, lässt sich dann auch hier entsprechend über die Reinigungsklappe wunderbar reinigen und warten. Zudem haben wir dann auch hier die Absperrhähne drinnen für Grauwasser und Frischwasser. Zudem auch die Möglichkeit noch einen BWT Wasserfilter hier zu installieren, der auch hier bei Weinsberg Fahrzeugen stets verfügbar ist. Die Grauwassertanks haben ein Stauraumvolumen von 58 Liter. Auch hier der Grauwassertank etwas kleiner als der Frischwassertank. Warum? Camper wissen es natürlich. Ganz einfach, weil ja nicht jedes Wasser, was wir abgenommen wird, auch wirklich verbraucht wird und wieder in einem Tank landet. Sondern eben auch gerne mal entnommen wird zum Trinken oder aber zum Ausspülen oder Ähnlichem. Schauen wir dann als nächstes hier in die nächste Klappe rein und da sehen wir, ist die Gasflasche untergebracht. Und hier sehen wir auch schon, es ist ja witzigerweise eine kleine Gasflasche nur drinnen. In dem Fall hier mit 5,9 Kilo. Hm, warum eine nur sehr kleine Gasflasche? Normalerweise hat man da ja entweder die Möglichkeit zwei Gasflaschen oder eine sehr große Flasche zu installieren. Das ist hier nicht gegeben. Warum? Ganz einfach, das Fahrzeug wird nicht mit Gas beheizt im Innenraum, sondern hier ist eine Dieselheizung verbaut. Die nächste kleine Klappe werden auch viele Camper natürlich kennen. Für California-Fahrer ist das wahrscheinlich komplett neu. Denn es gibt hier eben auch die Toilette und hier ist die Toilettenkassette drinnen, die man dann eben hier drinnen hat. Die kann dann auch wunderbar hier eben ganz normal entnommen werden, ausgekippt werden und lässt sich dann hier drinnen auch wieder wunderbar verstauen. Das ist auch gut ausgekleidet hier, sodass wenn mal etwas daneben läuft, dann ist das auch problemlos auszuwischen. Eine nächste weitere Tür, die wir hier haben, das ist die der Heckgarage. Eine Heckgarage ist gerade bei Wohnmobilen natürlich sehr essentiell, weil da viele Sachen drinnen verstaut werden, die man eben mit auf Reisen nimmt. Das ist quasi der Kofferraum, den man hat. Die Garage ist relativ hoch und auch gut zugänglich. Jetzt schauen wir uns natürlich einmal die Abmessungen an. Die sind ja recht wichtig in dem Fall. Wir fangen einmal bei der Höhe hier in der Garage an. Das heißt, wir haben hier unten die Möglichkeit, nämlich möglichst tief reinzugehen, lange Gegenstände hier unten unterzubringen, bis zu einer Länge von 167 Zentimetern. Können wir hier reinladen in die Tiefe. Die Mindesttiefe hier bis zu dem ersten Steg, das sind in dem Fall dann 76 Zentimeter. Die Höhe, die man hier hat, für diese Garage nach unten hin, da haben wir 25 Zentimeter Länge, Höhe und eine Maximalbauraumhöhe, die wir hier haben, die liegt hier ebenfalls bei 167 Zentimetern. Der Zustieg hier, die Breite hier drinnen, sind 48 Zentimeter. Wir haben also hier auch ein sogenanntes Regalsystem drinnen, wo man eben ein paar Sachen gut unterbringen kann. Es gibt sogar die Möglichkeit, hier ein Board nach unten zu klappen, da dann auch nochmal was unterzubringen. Und wir sehen auch hier ist schon eine Leiter untergebracht. Die Leiter werden wir gleich noch im Innenraum brauchen. Ein Licht gibt es auch, das heißt, die Garage ist gut beleuchtet und da unten haben wir auch kräftige Vorzuhösen, wenn man dann eben hier Ladung, die etwas schwerer ist, nochmal zusätzlich sichern möchte. Aus der Praxis muss ich leider sagen, dass ich diese Heckgarage eher recht klein finde in dem Fall. Warum? Wir haben hier die LT-Variante. Die LT-Variante ist also eher so auf zwei Personen ausgerichtet und hat auch eine vergrößerte Sitzgruppe drinnen. Wer die MQ-Variante nimmt mit einem Heckbett, da ist die Garage dann in der Tat etwas großzügiger bemessen. Fahrräder passen hier leider nicht rein. Die müssten dann eher am Heck installiert werden. Und da müsste man dann eben einen separaten Heckfahrradträger sich zulegen. Der kann dann auch hier hinten installiert werden. Eine Anhängerkupplung gibt es für den Weinsberg Excursion ebenfalls. Die maximale Zuglast, die dann zur Verfügung steht, sind 1700 Kilogramm. Wir sehen auch hier bei unserem Fahrzeug auch ein Heckfenster, was noch drinnen ist. Das ist auch sehr, sehr gut, denn während der Fahrt kann man durch den Innenspiegel auch den rückwärtigen Verkehr hier zusätzlich beobachten. Das sorgt dann für eine zusätzliche und weitere Sicherheit beim Fahren. Wir haben auch hier eine gut auflösende Rückfahrkamera installiert. Damit kann man dann auch beim Manövrieren und Einparken am Stellplatz sehr gut hier und zieltreffsicher natürlich seinen Stellplatz anfahren. Auf der rechten Seite sehen wir nur noch zwei Besonderheiten. Zum einen die in der Pepper Edition serienmäßig verbauten Markise, die wir hier haben. Den Markisenstab, der ist übrigens in der Garage untergebracht. Ein bisschen schade ist, ab Werk gibt es keine Möglichkeit, Sitzgelegenheiten mitzunehmen, wie etwa ausklappbare Tische oder Stühle. Das müsstet ihr dann selbst nachträglich quasi installieren. Kalifornier-Fahrer werden sich da natürlich etwas lächelnd drüber äußern, denn die haben meist ihr Stühle und einen Klapptisch dabei. Eine besonders coole Aktion finde ich persönlich diese Möglichkeit hier. Da steht einfach Gas drauf. Was verbirgt sich dahinter? Ganz einfach, wir haben einen Gas-Außenanschluss. Da könnt ihr eben dann euren Gasgrill beispielsweise mit der hier verbauten Gasflasche verbinden. Und habt die Möglichkeit dann hier unter der Markise, wenn ihr dann am Campingplatz seid, euren Gasgrill zu betreiben. Eine echt coole Sache, wie ich persönlich finde. Kümmern wir uns als nächstes um die absolute Besonderheit des Weinsberg Excursion und zwar das Dach. Wie wir sehen, hier ist es eher stromlinienförmig, ein bisschen ausgeformt, auch aerodynamisch optimiert. Aerodynamisch auch deswegen, denn ihr habt die Möglichkeit mit dem Excursion bis zu 160 Stundenkilometer auf der Autobahn zu fahren. Also auch hier keine Einschränkung, was die Einsatzmöglichkeit geht auf langen Strecken und im Alltag hier mit dem Excursion von Weinsberg unterwegs zu sein. Auf der Straße sage ich euch nachher, wie er sich fährt und das ist auch eine Besonderheit in dieser Fahrzeugklasse. Kommen wir aber jetzt eben zum Special und zwar dem Dach. Man bekommt für den Excursion eine sogenannte kleine Fernbedienung mitgeliefert und da haben wir die Möglichkeit eben hier das Dach dann entsprechend hydraulisch anzuheben. Und zwar auf der gesamten Breite oder Länge des Fahrzeugs. Es gibt ja beim T6-1 habt ihr normalerweise beim California die Möglichkeit, dass ihr das Dach vorne anheben könnt, um dann eben so ein bisschen den Ausblick zu genießen oder aber eben hier die Liegefläche dann oben zu nutzen. Hier ist die Möglichkeit eben das Dach komplett anzuheben und zwar um 70 Zentimeter. Das erhöht nicht nur die Möglichkeit der Raumnutzung, sondern natürlich auch die Stehhöhe im Fahrzeug, die dann von 1,47 Meter auf 2,17 Meter ansteigt. Dass ihr natürlich das Fahrzeug nicht mit offenem Dach manövrieren oder umsetzen sollt, ist ganz klar. Schauen wir uns das Ganze an. Wir sehen, es ist eine sehr stabile Konstruktion, die wir haben. Wir haben hier die hydraulischen Dämpfer und hier haben wir hier die Möglichkeit noch eine zusätzliche Stabilisierung zu haben. Der Stoff, der verwendet ist, der ist im Prinzip der gleiche, den man auch sonst bei einem T6 California kennt. Der ist Wind- und Wetterabweisend und auch gefüttert zusätzlich. Also das, was wir hier haben, ist grundsolide und ich kann euch auch sagen, selbst bei ungefähr 5 Grad Außentemperatur ließ sich das Fahrzeug innen gut beheizen über die Dieselheizung und oben schlafen war zwar etwas frischer, muss man sagen, aber dennoch wirklich angenehm. Ja, das Ganze dauert relativ lange und zwar sind es tatsächlich so rund drei Minuten, bis sich das Dach komplett aufgestellt hat. Das Zusammenklappen geht etwas schneller, das sind dann ungefähr eineinhalb Minuten. Wir geben dem Dach jetzt noch einen kleinen Moment, bis es komplett aufgestellt ist und dann gehen wir auch schon rein in den Weinsberg Excursion. Hallo und herzlich willkommen schon hier im Weinsberg Excursion. Der Zustieg ist für mich persönlich noch ganz gut möglich hier mit einem Schritt. Für Personen, denen es etwas schwerer fällt, gibt es hier optional auch eine elektrisch ausklappbare Trittstufe. Die ist auch durchaus solide, zur Not auch ganz praktisch, denn man kann hier auch schon mal die Schuhe ausziehen, bevor man in den Innenraum des Fahrzeugs kommt. Hier gleich am Eingang empfängt uns der Kühlschrank. Ein durchaus wichtiges Element hier in einem Wohnmobil und für California-Fahrer sicherlich auch sehr interessant. Der großzügig bemessene Kühlschrank übrigens, der hat ein Fassungsvermögen von 98 Liter und wie wir sehen, er bietet sogar ein kleines Eisfach. Zu Beginn haben wir auch hier gleich noch eine kleine Garderobe mit zwei Haken. Hier auch die ersten Lichtschalter untergebracht. Finde ich auch sehr gut, dass man gleich hier die Möglichkeit hat, schon Licht hier im Fahrzeug zu machen. Ich komme mal rein und schließe die Tür. Hier auch die Tür. Eine Besonderheit, wir haben hier nicht nur zwei Haken, um auch noch Leidung unterzubringen, sondern wir haben auch hier die Möglichkeit, die Tür von innen zu verriegeln, kommen aber dennoch jederzeit hier aus dem Wohnmobil heraus. Dann stehen wir auch schon mitten im Wohnmobil drinnen und wenn wir uns jetzt hier mal so kurz ein bisschen umschauen, dann sehen wir auch schon den großen Vorteil, den wir jetzt haben. Ich kann hervorragend hier drin stehen. Wie schon erwähnt, ist die Stehhöhe jetzt hier von 1,47 Meter auf 2,17 Meter angewachsen. 70 Zentimeter ist schon wirklich eine richtige Hausnummer und das merkt man hier drinnen, wirkt es deutlich luftiger auf einmal und davon können natürlich VW-California-Fahrer absolut nur träumen. Hier ist übrigens der Zugang in die Fondgarage, die wir hier haben. Also hier wäre auch die Möglichkeit, von mir dann die Sachen zu entnehmen. Man muss also nicht nach außen, was natürlich gerade dann sehr gut ist, wenn es draußen regnet. Hier ist wie gesagt das erwähnte Fenster, von dem man dann eben nach hinten rausschauen kann. Alle Fenster sind mit Fliegengittern ausgestattet oder aber können entsprechend komplett verdunkelt werden. Hier entsteht jetzt durch den Aufbau, der nach oben geht, im Endeffekt liegt das Dach hier oben auf, entsteht hier ein zusätzlicher Raum, von dem man eben Staumöglichkeiten hat, die hier eben genutzt werden können. Man muss allerdings aufpassen, dass alles wieder auf dieselbe Höhe quasi zurückgebaut wird, wenn man das Fahrzeug eben zusammenklappt. Denn das Dach kommt wie gesagt komplett auf diese Höhe hier im Endeffekt wieder zurück. Starten wir hier vorne im Inselblock der Küche. Hier haben wir zwei Gasherde sowie eben ein Spülbecken, das hier drinnen ist. Der Gasherd hier wird eben über die kleine Gasflasche hier gespeist. Das werden natürlich Camper auf alle Fälle kennen. Die Bedienung brauche ich euch hier in dem Fall nicht vorführen. Was es allerdings gibt und das ist recht schön, das ist die Möglichkeit hier, hier der Bedienung der Elektronik im Fahrzeug, wie wir sehen. Zum einen haben wir die Möglichkeit hier auf die Batteriestände zuzugreifen, die Starterbatterie vom Fahrzeug und die beiden Batterien für den Aufbau. Wir sehen auch den Stromverbrauch, den aktuellen und wie lange uns die Aufbaubatterie hier etwa halten wird bei der aktuellen Ausnutzung. Wir sehen auch dann, sobald wir dann eben die Heizung oder ähnliches einschalten, sehen wir auch, was gerade an Verbrauchern hier aktiv ist. Wir sehen auch die Wasserstände, die würde man dann hier sehen, Frischwasser und auch Grauwasserzustand, wie voll eben die jeweiligen Tanks hier sind. Bei uns sind sie im Moment gerade leer. Ich habe die Fahrzeugwasserstände schon abgelassen. Das Fahrzeug wird nämlich bereits auch morgen schon wieder zurückgebracht. Die Heizung haben wir hier, das ist die Tumor-Bedieneinheit. Die werden auch viele schon von euch kennen. Ganz klar, wir haben hier die Möglichkeit eben hier die Temperatur einzustellen für die Heizung hier im Innenraum oder aber eben hier auch nur den Boiler einzuschalten für das Wasser. Den Wassertank, der ist übrigens auch zusätzlich beheizt. Das ist natürlich auch ein guter Punkt, gerade wenn es um das Thema Wintercamping hier geht. Camping hat auch so ein Thema, man möchte seine eigene Nasszelle haben und das ist der große Vorteil, den man eben jetzt hier mit dem Weinsberg gegenüber dem California hat. Man hat sein eigenes Badezimmer hier mit dabei. Die Kabine, haben wir hier eine großzügige Duschkabine, die wir hier haben. Die kann dann hier auch entsprechend nochmal abgesenkt werden und geschlossen werden. Man hat hier eine solide Tür, um das Ganze dann eben noch komplett zu trennen. Und wie gesagt, man könnte es dann hier eben komplett schließen für den Duschvorgang. Zudem, und auch das ein Riesenvorteil ist natürlich, dass wir eben auch die eigene Nasszelle dabei haben, was auch das Klo angeht. Das ist sehr, sehr praktisch. Wir haben auch hier clevere Bedienelemente drinnen, eben für die Möglichkeit, die Lichtschalter hier drinnen zu orientieren. Der Wasserhahn wird anschließend zum Duschhahn umfunktioniert und man kann auch den Spiegel hier entsprechend umorientieren. Und da sehen wir uns jetzt drin mit dem Kamerabild. Man muss aber auch hier wieder dran denken, der muss auf alle Fälle wieder eingeklappt werden, wenn das Dach nach unten geht. Hier haben wir noch die Möglichkeit, zusätzlich eben unsere Duschutensilien oder aber eben Make-up oder ähnliches unterzubringen. Dann haben wir auch hier noch die Möglichkeit, zum Beispiel auch Tissues unterzubringen. Wie wir sehen, die Duschkabine ist wirklich gut zugänglich, ist äußerst breit und eben auch gut nutzbar. Also auch das, muss man sagen, ein echter Vorteil, den man hier mit dem Weinsberg Excursion hat. Dafür muss man aber so ein bisschen, ja, kleine Einschränkungen in Kauf nehmen, was zum Beispiel die Möglichkeit hier eines Kleiderschranks oder Ähnliches angeht. Man hat eine Kleiderstange hinten in der Garage und hier hat man noch kleine Staufächer. Es gibt auch ein cleveres System, in dem man eben diese Schienen hier mit nutzen kann. Da werden dann Bretter eingeklinkt und auf die Bretter kommen dann portable Schränke, die man dann eben hier aufstellen kann, während man eben für einen längeren Zeitraum an einem bestimmten Ort bleibt. Die Schubladen, die kennt man auch üblich, hier im Besteckkasten zum Beispiel unterzubringen. Die sind auch hier mit einem Komfortzugang genutzt, das heißt, es wird gedämpft und sie sind auch entsprechend hier zu verriegeln mit einer Taste. Also hier ist genügend Staumöglichkeit, um eben bestimmte Sachen zu unterzubringen. Hier sind erst die Wartungsklappen zum Beispiel. Die Hauptwartungsklappe ist übrigens hier für die Heizung, die man dann eben hier hat. Hier sehen wir unsere Dieselheizung und auch den Frostwächter. Der Boden lässt sich hier auch wunderbar wieder einsetzen, bleibt dann auch drinnen ohne Klappern, ohne Knarzen. Auch das ist dann hier perfekt umgesetzt. Und jetzt geht es aber eher um das Thema Wohnen und Schlafen. Und das schauen wir uns jetzt genau an. Zum Wohnen gehört es natürlich auch, dass wir genügend Licht hier drinnen haben. Wir haben nicht nur die Möglichkeit, hier eben unser Licht künstlich herbeizuführen, sondern wir haben auch Taglicht. Und wir haben hier oben zwei Möglichkeiten der Dachfenster. Hier haben wir die Möglichkeit, mit einem quasi bekannten Drehmöglichkeit uns hier das Dachfenster aufzustellen. Das kann man natürlich auch zusätzlich mit Fliegengittern sichern oder aber eben abdunkeln, je nachdem, wie man es denn möchte. Sitzen und Arbeiten im Weinsberg Excursion kann man hier. Das ist der Tisch, den man dann auch zu einem Bett umfunktionieren kann. Der kann hier aufgeklappt werden. Und man hat dann eine Face-to-Face-Sitzgruppe für hier, sage ich jetzt mal, vier Personen. Und man kann natürlich noch zusätzlich die Vordersitze hier zur Sitzbank hin drehen, sodass hier bis zu sechs oder, wenn man sogar kuscheln möchte, acht Personen hier unterbringt. Der Weinsberg Excursion in unserem Fall hier ist als zwei Sitzer ausgelegt während der Fahrt. Wir haben jetzt keine Gurze hier drinnen. Die wären optional. Wer es anders möchte und die Sitzgruppe eher Richtung Fahrer oder Fahrtrichtung ausorientieren möchte, der müsste zur MQ-Variante anstatt der hier verbauten LT-Variante greifen. Man könnte dann aber, wie gesagt, hier noch zusätzlich zwei Gurte sich koordern. Und dann wäre die Möglichkeit, hier mit vier Personen unterwegs zu sein. So ist der Excursion in diesem Fall eher für Pärchen ausgelegt oder eben für die, die unterwegs alleine vielleicht sogar mit dem Homeoffice unterwegs sind. Für Homeoffice-Tätigkeiten gibt es hier zum Beispiel auch das TV-Paket. Wir haben jetzt hier einen TV-Bildschirm untergebracht. Wir haben auch eine entsprechende TV-Antenne. Staumöglichkeiten entstehen hier zusätzlich noch unterhalb der Sitzbank. Da kann man dann natürlich auch nochmal weitere Staumöglichkeiten nutzen. Und man hat auch hier die Möglichkeit, dann eben die Polster auch abzunehmen. Die sind mit einem Klett-System untergebracht. Die Polsterungen können individuell angebracht werden, aber wir haben hier jetzt die Edition Pepper. Das ist auch hier eingestickt. Und das ist dann eher so ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal, traditionelles, braunes Muster. Besonders modern wirkt es jetzt erst einmal nicht. Modern ist allerdings das Thema, was USB-Anschlüsse und auch 230 Volt Steckdosen angeht. Wir haben acht 230 Volt Steckdosen, die aktiv sind, wenn wir einen Außenstrom haben. Und wir haben insgesamt drei USB-C oder USB-Anschlüsse. Ein USB-Anschluss hier und zwei vorne in der Fahrgastzelle. Das sind USB-C-Anschlüsse. Was das Schlafen angeht, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir haben insgesamt vier Schlafmöglichkeiten oder respektive für vier Personen Schlafmöglichkeiten an zwei verschiedenen Orten. Zum einen können wir hier unten ein Bett installieren. Dazu wird dann der Tisch abgesenkt. Man hat Ausgleichsmöglichkeiten hier geschaffen. Hier ist dann übrigens die Liegefläche im unteren Bett. 1,91 Meter. 1,30 Meter haben wir hier eine Breite, die dann nutzbar ist für zwei Personen. Für alle anderen gibt es dann oben das Slide-Bett, das dann ausgezogen wird. Hier haben wir dann eine Liegefläche von 2,03 Meter beziehungsweise 1,48 Meter Breite. Das Bett wird hier unten gesichert. Wenn man die Sicherung öffnet, hat man dann einen Hebel. Der Hebel wird gezogen und dann rutscht das Bett hier entsprechend raus. Und rastet hier entsprechend einmal ein. Und jetzt haben wir hier eben die Möglichkeit, 2,03 Meter, wie gesagt, haben wir hier eine Liegefläche und 1,48 Meter ist das Ganze breit. Wir haben dort hinten auch noch Ablagemöglichkeiten und wir können uns, wenn wir das dann möchten, hier die Leselampen hier nach oben holen und hier auch noch zusätzliche Lichtquellen hier oben schaffen. Bisschen schade ist, dass man da vorne nicht vielleicht noch irgendwelche Stromanschlüsse hat. Und wenn man dann hier hoch möchte, dann wird hier die Leiter eingehängt. Und da muss ich jetzt allerdings sagen, deswegen hole ich jetzt mal ganz kurz die Leiter hier hinten noch einmal raus. Dann sieht man auch, wie das Ganze vonstatten geht. Man klappt das Ganze ein. Die Leiter holt man da oben einmal raus. Und schon kann man sie dann hier holen. Dann machen wir hier wieder zu. So. Und dann wird die Leiter hier eingehängt. So. Und jetzt haben wir so ein kleines Problem. Denn wenn schon einer oben ist und dann hier entsprechend nach unten drückt, dann ist die Leiter hier lose. Also das ist eine etwas gefährliche Geschichte. Dann müsste man die Leiter wieder hier etwas steiler stellen. Also da kann es durchaus sein, dass das ein bisschen nach oben rutscht. Und wenn dann eben einer oben ist, dann entriegelt er hier die Leiter. Und dann kann es passieren, dass die rausrutscht. Das finde ich leider keine so schöne Geschichte. Das ist eben dem geschuldet, dass hier noch ein bisschen Luft im System ist quasi. Hier auch das leider auch mein Schlaf. Sag ich mal, Fail war so ein bisschen, dass die Matratze relativ dünn ist und jetzt nicht viel aufnimmt. Wir haben aber hier die Möglichkeit noch einen, hier ist noch ein Lattenrost drinnen. Ich persönlich empfand das als sehr hart. Leider kann man aber auch keine zusätzlichen Matratzen oder dickere Matratzen nutzen. Denn sobald das Bett nach oben geslidet wird, dann hat man das Problem schlicht und ergreifend, dass ja das Dach von oben runter kommt und dann quasi wirklich plan schon hier auf dem Bett aufliegt. Das sorgt dann natürlich dafür, dass man hier nicht dickere Matten unterbekommen kann. Ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht ein festeres Material sich bestellen sollte oder besorgen könnte. In meinen Augen, das war so das kleine Hindernis, was ich nicht so schön fand. Die Möglichkeit des Herausfallschutzes für Kinder oder ähnliches, der ist natürlich geschaffen. Das kann man dann auch hier entsprechend einhängen. Und dann fallen kleine Kinder hier oder Erwachsene, die dann auch etwas schlafwandeln, vielleicht eben nicht hier unbedingt raus. So, jetzt haben wir aber genug geschwätzt hier über den Innenraum. Jetzt würde ich sagen, geht es mal auf Strecke mit dem Weinsberg Excursion und das bedeutet den Verein. Unter der Haube des Weinsberg Excursion 500 steckt, wie wir schon gesagt haben, eben das VW T61 Fahrgestell mit seinen entsprechenden TDI-Triebwerken. Es gibt hier immer nur einen Motor und das ist der 2 Liter Vierzylinder Turbodiesel mit 150 PS, 350 Newtonmeter Drehmoment und in unserem Fall ist er hier an ein 7 Stufen Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt. Das Fahrzeug fährt sich wie ein T61 auch. Er hat einen angenehmen niedrigen Schwerpunkt, weil eben der Aufbau nicht so hoch aufbaut. Durch dieses Klappdach hat man eben die Möglichkeit, hier den Schwerpunkt angenehm abzusenken. Das Fahrzeug ist deutlich hellhöriger als ein T61, das ist klar, weil wir hier hinten drinnen natürlich den offenen Aufbau haben mit den Ausbauten. Also merkt man hier immer wieder mal ein Zittern, ein Vibrieren oder ein bisschen ein Klappern, wenn man nicht ordentlich seine Sachen hier verstaut hat. Das Fahrzeug bietet zudem natürlich auch alle Annehmlichkeiten, die der Volkswagen mit sich bringt. Wir haben hier ein Mediasystem mit Touchscreen, ein Apple CarPlay und Android Auto, sowie eine normale Fahrzeugnavigation, die hier drinnen ist mit Kartenanbindung, Radio, mit DAB-Tuner. Wir haben ein Multifunktionslenkrad, wir haben Assistenzsysteme an Bord, ein Tempomaten, Notbremsassistenten, Abstandsregeltempomaten haben wir hier. Wir haben allerdings keine Spurhaltung oder aber eine tote Winkelüberwachung. Die tote Winkelthematik ist ein großes Problem. Der Außenspiegel, zum einen zittern hier die Außenspiegelgläser deutlich und man hat einen sehr starken toten Winkel hier mit diesen Spiegeln. Es fehlt im Prinzip so ein LKW-Spiegel, der noch so einen kleinen toten Winkel unten anbringt. Das sollte man hier ändern. Windgeräusche sind angenehm niedrig hier in dem Weinsberg Excursion. Selbst auf der Autobahn ist das Fahrzeug unheimlich gut zu fahren. Er ist sehr wendig, er ist in der Hinsicht auch mit einer leichtgängigen Lenkung ausgestattet. Das Fahrgestell hat eine 3,2 Tonnen Zulassung und kann wie in unserem Fall optional auf 3,5 Tonnen aufgelastet werden. Die Pepper-Variante, die wir hier fahren, die Pepper Edition, kommt stets mit dem Automatikgetriebe und dem 150 PS TDI. Die Kombination arbeitet sehr gut, auch sehr kräftig. Man kann gut durchbeschleunigen, selbst auf der Autobahn sind 140, 150 kmh kein Problem. Die Vmax liegt bei 160 kmh und der Kraftstoffverbrauch aufgrund der aerodynamischen besseren Anpassung liegt natürlich auch in einem ermesslich guten Rahmen. Wir liegen hier so bei Testzeitraum von rund 10 Litern. Das ist okay. Natürlich könnte man sagen, in der heutigen Zeit dürfte es etwas sparsamer sein. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir fahren hier ein ordentliches Nutzfahrzeug. Und hier sind jetzt keine aerodynamischen Adoptionen drinnen, die das Fahrzeug eben nochmal windschlüpfriger machen, sondern wir haben hier natürlich schon eine kleine Schrankwand, die hier zu bewegen ist. Ich fahre jetzt noch einen Moment weiter und wir sehen uns gleich beim Fazit wieder. Bis zum nächsten Mal. Kommen wir zum Fazit des Weinsberg Excursion 500 LT COV. Und zwar, was kostet der? Fangen wir doch einfach mal damit an. 82.000 Euro kostet übrigens ein VW T61 Ocean California, der dann eben auch schon eine Markise mit Aufstelldach und so weiter dabei hat. Da geht es dann langsam los. Der ist aber dann auch nochmal weiter nach oben skalierbar. Der ist also ohne Probleme auch deutlich über die 90.000 eher an die 100.000 Euro zu konfigurieren. Naja, aber jetzt, was kostet dann so ein Weinsberg, gerade wenn es dann auch noch ein Wohnmobil ist mit mehr Nutzwert? Wir haben ja schließlich hier ein Bad dabei, wir haben eine ordentliche Sitzgruppe dabei, wir haben die Möglichkeit vier Personen hier übernachten zu lassen. Was kostet uns dieses Ganze im Aufpreis? In der Basis kostet der Weinsberg Excursion 500 als MQ oder LT, also Heckbett oder eben hier vorne die Sitzgruppe, jeweils rund 84.000 Euro in der Basis. Knapp 85, Entschuldigung, 84.700 Euro. Und als Pepper, genannte Sonderedition und Ausstattungsmodell, so wie er hier steht, hat er ja einen Preisvorteil von rund 11.000 Euro. Dann kostet er hier 93.990 Euro. Dann kommen noch so ein paar kleine Optionen hinzu, wie eben das Slidebett von oben oder aber diverse Kleinapplikationen, der Gasanschluss außen und so weiter und so fort. Dann kostet unser Testwagen, so wie er hier steht, gut 102.000 Euro. Ja, das ist echt viel Geld, aber in der Campingwelt gar nicht mal so viel. Und wie gesagt, wenn man das mal vergleicht eben mit dem VW T61 California, dann muss ich sagen, ist der Mehrpreis hier für diese Wohnmobilvariante durchaus gering und in meinen Augen echt ein Mehrwert. Was sind denn aber die großen Vorteile, die der Weinsberg hier mitbringt? Ganz klar, das ist dieses Dach, das um 70 Zentimeter nach oben fährt, ein wirklich großzügiger Innenraumambiente mit sich bringt. Man hat eine tolle Stehhöhe von über 2,10 Meter im Innenraum. Man kann aufrecht durch das Fahrzeug gehen. Man kann wunderbar eben darin wohnen, auch über einen langen Zeitraum. Man kann sein Mobile Office quasi dort hervorragend drinnen einrichten, während der Partner oben auf dem Bett beispielsweise schläft. Kann unten gearbeitet werden auf einer ordentlichen Sitzgarnitur mit stabilem Tisch etwa. Man hat seine eigene Privatsphäre der Nasszelle tatsächlich dabei. Ein Klo, eine Dusche. Man muss nicht eine Außendusche hier anschließen, was auch nicht möglich ist. Man hat hier wirklich die Autarkie perfekt in diesem Fahrzeug umgesetzt. Ja, man nimmt es natürlich dann in Kauf. Das Fahrzeug ist eben nicht so einsatzfähig wie der Kalifornier. Bedeutet, wir kommen hier nicht in Parkhäuser eben rein mit der Höhe hier von 2,28 Meter. Das ist ganz klar. Dennoch muss man aber sagen, das Fahrzeug fährt sich unheimlich handlich. Ist auch sehr dynamisch zu fahren im Verhältnis zu einem normalen klassischen Wohnmobil etwa. Also das Fahrzeug fährt sich sehr Pkw ähnlich und liegt hier auch dem T6 oder steht dem T6-1 California in nichts nach. Ja, das Fahrzeug ist hellhöriger aufgrund des Aufbaues. Also es gibt immer mal hier so ein Knistern oder ein Knarzen. Das ist ganz klar. Das haben halt Wohnmobile aufgrund der Aufbauten oder Ausbauten innen immer mit dabei. Das gehört halt leider auch dazu. Dennoch muss ich sagen, auf der Autobahn, das Fahrzeug ist sehr spurstabil, hat nicht die Windanfälligkeit beim Seitenwind. Und man kann locker mit 140 über die Autobahn fahren. Das Fahrzeug liegt gut und aerodynamisch ist es auch akzeptabel. Und der Verbrauch steigt nicht in utopische Höhen, sondern bleibt eher so mit 10, 11 Litern in einem sehr überschaubaren Rahmen. Und nicht deutlich über dem eines California Fahrzeugs. Jetzt bin ich aber sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir unten in die Kommentarbox, was ihr zum Weinsberg Excursion sagt. Seid ihr vielleicht sogar tatsächlich Fahrer eines Californias? Wie wäre das für euch vom California hier auf so ein Weinsberg Wohnmobil dann umzusteigen? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentarbox. Ich bin sehr gespannt. Ich bedanke mich fürs Reinklicken. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, falls nicht schon getan. Und dann sehen wir uns demnächst auch wieder hier bei Ubi Teste zu einem neuen Video. Ich sage Tschüss und Servus, euer Ubi.